Früher bekannt als die Ebenen von Pharellon, fliegen heute riesige Fragmente und zerbrochene Splitzer im wirbelnden Neter, der für SpielerInnen auch als Zone Netersturm bekannt ist. Einst war dies ein schöner Wald mit weiten offenen Flächen. Heute ist der Netersturm gefangen inmitten eines immerwährenden magischen Sturms, der durch den wirbelnden Neter ausgeht, und das Land immer mehr in Stücke zu reißen droht.